Hallo, wir sind Juli und mein Name ist Eva und ich erzähle euch jetzt den Lieblingswitz von meiner Tochter. Die ist vier und kennt einen Witz und der geht so. Kommt ein Mann ins Schuhgeschäft und sagt, ich möchte gerne ein paar neue Schuhe kaufen. Und dann probiert er einen Karton an und sagt, die sind gut, die nehme ich. Der ist viel süßer, wenn meine Tochter den erzählt. Die habe ich auch, die Schuhe übrigens. Das sind meine Lieblingsschuhe. Ich habe auch noch einen sehr guten Witz und zwar, was ist rund, rot und hat zwei Streifen? Ganz klar, oder? Tomate mit Hosenträgern. Ich bin nicht so witzig, ich habe keinen Witz. Mach mal einen Simon-Witz. Nee, das kann ich nur spontan. Das war es von uns. Wir grüßen die Radio-Teddy-Hörer. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir grüßen die Radio-Teddy-Hörer. Vielen Dank.